Es scheint zu schön, um wahr zu sein. Wird die Medizin in Zukunft alles heilen können? Jede Krankheit, jede Verletzung, einfach alles? Diese rosige Zukunft könnte durch künstliche Intelligenz tatsächlich Realität werden. Denn mit Computern werden immer öfter wahre Wunder vollbracht. Das Jüngste wird die Krebstherapie revolutionieren. Und dann kommt auch noch Google bzw. Alphabet mit ins Spiel mit der künstlichen Intelligenz DeepMind. Die offenbart sich jetzt als Maschine mit Superkräften. Clixoom Science & Fiction, hier berichten wir täglich über die unglaublichsten Entdeckungen und Fortschritte in der Wissenschaft. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Immer mal wieder lese ich in Kommentaren schon wieder ein Rekord, wieder bahnbrechend, sensationell, Wahnsinn, Hammer und so weiter. Ich solle doch mal mit den ganzen Superlativen aufhören. Ich fürchte, dass es aber mehr werden. Wir leben nämlich in einem Zeitalter, wo die Forschung und der technologische Fortschritt sich in immer höherem Tempo entwickeln. Und das ist wirklich bahnbrechend. Und ab und zu muss ich auch mal WHAT ausrufen. Superlative werden wohl in Zukunft zu unserem Alltag gehören und das ist zum einen extrem erfreulich und zum anderen auch dringend nötig. Denn ansonsten bekommen wir die riesigen Herausforderungen auf unserem Planeten einfach nicht bewältigt. Und dieser Fortschritt könnte tatsächlich ein Tempo annehmen, bei dem es auf die vorhergesagte technologische Singularität hinausläuft, bei der uns die Intelligenz von Computern bei weitem überlegen ist. Eine Gefahr, aber auch eine riesige Chance. Und in einem Bereich kündigt sich diese Entwicklung schon an. In der Medizin. Hier werden immer neue Rekorde aufgestellt und unmögliche Dinge geschafft. Ein solcher Meilenstein wurde jetzt wieder erreicht und der ist absolut bahnbrechend und zeigt uns auf absolut beeindruckende Weise, wohin die Entwicklung in der Zukunft geht. Daniel Adriano Silva von der University of Washington und sein Team haben eine körpereigene Substanz für die Immuntherapie gegen Krebs weiterentwickelt. Und das ist wirklich revolutionär. Denn die Anführungszeichen bei weiterentwickelt, die kann man eigentlich auch weglassen. Es geht um Interleukin-2, das eigentlich ganz wunderbar gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt werden könnte. Eigentlich. Denn in größeren Mengen ist Interleukin-2, obwohl körpereigend, giftig. Das Forschungsteam hat aber etwas Spektakuläres gemacht. Sie haben den Stoff tatsächlich weiterentwickelt und noch eine Steigerung und das per Computer. Wirklich absolut unglaublich. Sie haben mit einer Software, Rosetta heißt sie, das Protein, immer wieder variiert und verbessert und dann in der Realität nachgebaut. So wurde Interleukin-2 immer weiter verbessert und es schließlich so optimiert, dass es kaum noch aussah wie das Original und zudem weniger schädlich und dazu auch noch stabiler war als das Original. Bei Mäusen lassen sich damit bereits Darm- und Hautkrebs erfolgreich behandeln. Damit werden zwei Dinge offenbar. 1. DNA sind Daten, mit denen kann man rechnen. Und 2. Ein Computer hat das jetzt mit überragendem Erfolg getan. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt und dafür fällt mir jetzt einfach wirklich keine Superlative mehr ein. Rosetta ist dabei noch sehr, sehr schwach. Es gibt bereits einen Wettbewerber, der fast die 10-fache Leistung bringt. Rosetta ist nämlich eine Software, die beim CASP-13-Wettbewerb eingesetzt wird. Hierbei geht es darum, aus DNA-Sequenzen als Ausgangspunkt die Proteine zu errechnen, die daraus entstehen. Wie viel der 40 Proteine werden korrekt errechnet, also wie sehen sie nachher aus? Das ist in der Medizin entscheidend. Je nachdem wie sie aussehen, also wie sie konstruiert sind, können sie Gutes und Nützliches tun oder im anderen Fall auch schlimme Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder BSE, also Rinderwahnsinn hervorrufen. Bei BSE sind es zum Beispiel Prionen atypisch gefaltete Proteine. Und Falten, das ist genau das richtige Bild für den Aufbau von Proteinen. Es ist ein bisschen wie Origami, nur dass es nicht um ein paar Dutzend Faltungen geht, sondern um so viele Faltungen, die man brauchen würde, um ein Origamitier in echt und lebendig zu falten. Also eine nicht ganz so leichte Aufgabe. Kein Wunder also, dass der Zweitplatzierte nur 3 der 40 verlangten Proteine korrekt gefaltet hatte. Jetzt kommt es aber. Das Team von der Alphabet-Tochter DeepMind hatte ja bereits mit AlphaGo gezeigt, dass es Bahnbrechendes leisten kann. Es ist der beste Go-Spieler auf der Welt. Da haben wir ja darüber berichtet. Für den Faltwettbewerb, Falten heißt ja auf Englisch Fold, haben sie AlphaFold entwickelt. Und AlphaFold, halt Achtung, jetzt mal wirklich festhalten, 25 der 40 Proteine korrekt gefaltet. Mehr als die Hälfte. Fast die 10-fache Menge des Zweitplatzierten. Das ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt möchte ich wirklich hier mal alle Superlativen abliefern. Bahnbrechend unglaublich Hammer. What? Das wird die Medizin wirklich revolutionieren. Dagegen ist die am Anfang vorgestellte Revolution nur noch ein Revolutionchen. Das zeigt wirklich unglaubliche Perspektiven auf. Wenn diese Maschine in der Forschung eingesetzt wird, dann werden solche Fortschritte alltäglich und die Menschheit wird einen Riesenschritt in der Krebstherapie machen und in der Behandlung von allen möglichen Krankheiten. Das wird wirklich, wirklich hoch, hoch spannend. Genauso übrigens wie dieses Video, hier klicken für Wie intelligent ist künstliche Intelligenz von ByteThings. Unbedingt abonnieren, da gibt es schon sehr, sehr bald neue Videos. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.